Hallo Freunde, wie ich gerade erfahren habe, wird es heute eine Happy Hour geben und zwar von 5 bis 6 Uhr englischer Zeit. Das entspricht der deutschen Zeit von 18 bis 19 Uhr. Es wird die 15.000er Packs geben, aber keine doppelte Chance auf einen Informspieler. Aber wenn ihr trotzdem die Konsolen hochfeuern wollt, ist das wahrscheinlich heute ein guter Zeitpunkt, um die 15.000er Packs abzugreifen. Okay, also dann geht an den Start. Zwischen 18 und 19 Uhr müsst ihr losgehen und für all diejenigen, die auf die Happy Hour scheißen, denkt dran, es ist optimal, um billig Sachen einzukaufen, die man später dann wieder teuer verkaufen kann. Verträge, Formationskarten, was auch immer, die werden rausgehauen werden ohne Ende und das ist die Chance, die billig zu schnappen und dann morgen teuer zu verkaufen. Gut Freunde, das war's von mir. Macht's gut, bis bald.